So, 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 YouTube. Lang ist her, dass wir Geotastic gespielt haben. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal auf diesem Kanal Geotastic lief. Ich habe unser Preset geladen. Fünf tolle Runden, 30k-Punkte. Und nebenbei begleitet mich der Twitch-Chat. Ich hoffe mit tatkräftiger Unterstützung, ohne zu viel vorzusagen. Ihr könnt aber mitraten, außer ihr seid so ein Profi, dass ihr an der Radkante erkennt, welches Land das ist. Oder in der Wolkenform, weil ihr alle Bilder auswendig kennt. Es gibt solche Leute, die das kennen. Und jetzt Voraussage. Wo denkt ihr Landwirte als erstes in Geotastic? Ich sage Philippine. Drei, zwei, eins. Oh, nee. Slowenien, Ungarn. 90 Minuten. Oha, wir haben nur 90 Minuten Zeit. Japan, Brasilien. Äh, würde ich auch nicht sagen. Fachgeschäft. Kurzparkzone. Österreich. Okay. Da landet man selten. Deswegen habe ich das nicht gedacht. Öffentliches WC. Ich finde immer öffentliche WCs. Selbst auf Island habe ich eins gefunden. Dorf. Was? Ortsdorfer Schmuckkastel. Mischkreu von Tommy Hilfiger. Und der Tabak-Martin. Und der Traffic-Fischer. Also Tabak-Martin macht noch Sinn. Aber was ist Traffic-Fischer? Ach, diese Österreicher. Oder ist das Schweizerland? Kirchdorf. Pettenbach. Autobahn. Ich meine, Autobahn, das klingt gut, nicht? Da finden wir auf jeden Fall, wo genau wir sind. Schöne Kirche, aber. So ähnlich sah die Dorfkirche bei unserer Wanderung aus. Ähm, wer es nicht gesehen hat, ich hatte ein paar IRL-Live-Wander-Streams. Und da haben wir durchaus AT. Okay. Ähm. Ja, solche Kirchen entdeckt. Öffentliche Bibliothek. Wo war das jetzt? Unscher-Uhrern-Handschuhe. Das hat doch gerade hier so einen ganz komischen Namen, dieser Ort. Escape-Haus. Oh, okay. Ja, da will ich auch lieber escapen aus dem ganzen Dorf. Der Beck am Eck. Da, okay Das reicht uns doch schon Um nicht ewig suchen zu müssen Wir sind zwischen Wien und Salzburg Irgendwo A1 Lambach St. Pölten Lindach Was mich gerade stutzig macht Dass Linz da nicht dran steht Achso, es geht nach Wien Und Salzburg Okay, es kann ja sein Einmal so rum, einmal so rum Weil das hier ist die A1 Okay Vielleicht sind wir ja dann in der Nähe Von hier und deswegen steht Linz Gar nicht dran Lambach 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 Wer was sieht, darf schreien Lambach Ihr habt nicht geschrien Okay, Lambach haben wir 12 Kilometer Und Lindach 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 La Kirchen 11 Kilometer Lambach La Kirchen Das heißt, irgendwo Hier Lindach Da 6 Kilometer Und das andere Bad Das 8 So, das heißt Irgendwo Hier Hieß das eben Forchdorf Das hat doch irgendeinen Komischen Namen Kaffee Zwirn Giovanni M. Zwirn Äh, wir gehen nochmal zurück Stand doch irgendwas Kurzparkzentrum Ortszone Wo hatte ich denn das gelesen, den Ortsnamen? Hier im Häferle-Café Besucher-WC Markt Gemeindeamt Da Standesamt Hier Wie hießen das? Äh, ist das sein Name? Ne, oder? Das ist Storfer Ortsdorfer Ortsdorfer Hm Vorstorfer Das könnte ein V sein Vorstorfer, nicht? Das würde Sinn machen Bäckerei im Eck Okay So, wenn wir jetzt noch den Straßennamen wieder herausfinden Dann Sollten wir alles haben Äh Straßennamen Straßennamen Das ist dieses Paniklied, nicht? Das macht mich gerade im Hintergrund ganz schön Kürre Eine Politik So wie Du das willst Äh Sag mir lieber den Straßennamen Pfarrheim Gut, so wird nicht die Straße heißen Wir fahren nochmal Zur Bäckerei am Eck Da Lambacher Straße Oh Lindacher Okay Nicht in der Lindacher Wir sind in der Lambacher Beziehungsweise Die geht ab Da Lambacher Geht ab Pfarrkirche Hier ist die Pfarrkirche Dann ist das die Kirche Dann sind wir hier Okay Such die Kirche doch einfach Ah, das ist so einfach Ich muss mich dagegen Äh Verifizieren So Und wir sind hier eigentlich auf dem Ah, dann sind wir hier Ah So rum Ah, das ist ein Gebäude Stimmt, das ist ein Gebäude da, nicht? Und dann ist Das hier der Sport Ja, ja, ja Okay Okay Yes Bam, bam, bam Sechs Meter Okay, jetzt aber Philippinen, oder? Kriegen wir hin Oh Yes Ah, sieht er dann nach Indonesien aus Oder so, ne? Na, wir Wir fahren mal Das wird jetzt eine spaßige Runde Wie viele Stunden habt ihr Zeit? Ich hoffe einige Das wird noch länger dauern Aber das ist Thailand, nicht wahr? Ne, Kambodscha sind wir Kambodscha Bier Okay Das ist ja noch schlimmer Angkor Ja, ja Sobald man Kambodscha oder Angkor Findet nicht Denn dann Kann ich das gut abgrenzen Aber hier werden wir nicht herausfinden Wo wir sind Glaube ich Mit ganz viel Glück Was mich hier die letzte Male gerettet hat War Die Ähm Die Straßenführung Weil die so markant war Aber ob wir das auch diesmal hinkriegen Bin mir da nicht so sicher Morgen um 6.30 Uhr Muss ich beim Treffpunkt Für eine Radtour sein Oh Wo gefahrt ihr denn hin? Erzähl mal Wir wollen ja morgen auch noch eine Radtour machen Wir fahren nach Merseburg wahrscheinlich Mit dem Stream zusammen Ja Wir haben jetzt auch viel Zeit zum Reden Weil ich muss fahren Bis wir irgendeinen Hinweis finden Den ich lesen kann Manchmal gab es hier so eine großen Steine am Rand Wo dann genau drauf stand Ähm Wo man war Aber die waren selten Die waren glaube ich in Thailand Und in Bangladesch oder sowas Was öfter fahren 240 Kilometer Macht ihr Uiuiuiui Also so viel mach ich nicht Ich mein die Schilder kann man gut lesen Das ist mit Die beste Schilderqualität In der Aufnahme Die ich jemals gesehen hab Trotzdem kann ich nix mit anfangen In Philippinen Stehen nämlich immer so grüne Schilder Wo genau drauf steht Auf welcher Insel man ist Ähm Welche Regionalverwaltung In welchem Dorf das ist Meistens steht's dann nur Leider nicht auf der Karte Das einzige was hier immer steht Ist die Cambodgian People Party Das ist der einzige Hinweis Den man oft findet Oh Das ist aber auch ein Das ist ja mal ein Moderner Trecker Hallöchen Mann Das sieht ja aus Äh Back to the Future Flux Kompensator Energie Nummer 5 IT nach Hause telefonieren Weißt du das Land? Kambodscha Das ist sicher Hier Da Husen Shonkala Kik High School Ich glaub was besseres Werden wir nicht finden Weil wir das lesen können Ah So Hunsen 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 Problem ist Die sind nicht mal alle Übersetzt hier Die Orte Ah Shit Das heißt Wir müssen auch noch Einen Ort finden Der übersetzt ist Den wir lesen können Weil wenn das der hier ist Dann werde ich es einfach nicht erkennen können Tja Tja Tö Sock C Socken Kao Fo Kum Korong Ja wir brauchen mehr Wir brauchen mehr Hinweise Ob wir am Wasser sind Oder irgendwas Ich denk mal wir werden Irgendwo hier sein Wenn wir Glück haben Kriegen wir irgendwie So einen Parknamen raus Das hatte ich beim letzten Mal Auch schon mal Dass ich irgendwie In irgendein Parkgebiet Reingefahren bin Das war auch ziemlich hilfreich Aber ich glaub das war Auf Sri Lanka Aber das kann auch helfen Sowas Am besten fahren wir gleich Auf Angkor Wat zu Dann wärs ganz sicher Ich mein Grundsätzlich sieht das hier aus Als ob wir in einer Tsunami Hazard Zone sind Und hier mal ein Tsunami Rüber ging Nicht Das sieht sehr Die Straße sieht neu aus Oh da ist so ein großer Stein Die 68 Jetzt hab ich's 68 Wobei man hier aufpassen muss Ich glaub die 68 69 Die Irgendwo hier hinten Gab so ein Gap Um diese eine Stadt rum Wo irgendwas nicht Gepasst hatte Aber das ist auch schon Lange her Okay Also irgendwo hier Im besten Fall Die 68 Gep Hier hoch Dann hier Runter Und Hört dann auf Fängt auch nicht wieder an Okay Interessant Dann sind wir nicht in einer Tsunami Hazard Zone Insofern das ist natürlich Der stimmt auf dem Stein Aber es sieht schon stark danach aus Wie hieß die Schule Irgendwas mit Fung Hung Tempel Remains Tempel Remains Primary School Kawek Taupe Pagode Hier ist eine Schule ohne Namen leider Das könnte die sein Das könnte die sein Arise Wir bauen noch irgendwas Wir starten ja mitten im Nirgendwo In irgendeinem kleinen Dorf Lass ich nicht von der 68 Würden Ich glaube die stimmt nicht Jaja es gab eine Straße Aber ich glaube das war mal hier hinten Wo ich die 9 gesucht habe Und die 9 war die Die 64 Oder irgendwas Da bin ich hier Genau hier Hier ist irgendwo An dieser Stelle ist ein Problem Mit der 64 Die 64 ist nämlich die 9 Oder so Jaja Ich erinnere mich wieder Weil Du hast hier die 6 Du hast hier die 7 Und die 8 Und die 9 Gibt es nicht Aber die stehen durchaus da Da jetzt die 68 Aber dran steht Hoffe ich Dass das diesmal stimmt Kann natürlich sein Dass wir hier aus sowas Rausgefahren sind Krallahan Highschool Wobei ich Glaube würde Dann wären mehr Häuser Links und rechts Also wir sind schon Auf einer sehr Nord-Südlichen Strecke Und das könnte eigentlich An der Stelle Nur hier sein Die anderen gehen Alle so weg Und die würde Stärker Nord-West Also ganz leicht Nord-Osten-Süd-West Ganz leicht Nord-West Gehen wir Das ist fast schon Zu stark Das hier passt schon Richtig gut Die Ecke Und die geht in die Andere Richtung Also wenn Sind wir auf dem Stück hier Und dann würde Nur hier die Ortschaft passen Oder die hier Oder das hier Oder wirklich Die Schule hier Aber dann Hätten wir eine Biegung in der Straße haben müssen Und die hatten Wir nicht Okay Wir brauchen noch Irgendeinen zweiten Referenzpunkt Wenn wir jetzt Natürlich das Offene Meer finden Dann hast du recht Dann stimmt die 68 nicht Das kann man halt leider nicht lesen Das könnte zum Beispiel dieser Tempel Remains sein Das sind nur Kühe Jetzt machst du eine ganz leichte Kurve nach Norden Aber nur Minimal Das dürfte man auf so einer langen Strecke kaum wahrnehmen Aber aus der Kühe sieht man hier nicht viel am Rand Barbecue Hier ist nochmal so ein Stein Können wir nochmal Gegenverifizieren Der 68 steht da weiterhin dran Irgendwas mit Sadar Sadam Sadum Anlong Hier kann ich es nämlich halb lesen Anlong Vanang Anlong Vanang Anlong Vanang Was könnte das hier sein Dass die Nacht da führt und das andere könnte dieses Samroang sein Oder da was 34 Kilometer bis dahin Hun Sen war von 1985 bis 2003 Premierminister So heißt jede zweite Schule dort Sowas hatte ich auch oft Was hatten wir immer in Indonesien Da stand auch immer irgendwas dran und das heißt einfach nur Hallo oder Willkommen oder so Und ich hab mich immer zu Tode gesucht weil ich dachte das heißt Strand weil es immer vor Stränden war Blablabla Dudu Aber der Strand hieß halt nur Dudu Das davor war einfach nur Willkommen am Strand Das weiß man aber nicht wenn man die Sprache nicht kann Äh Ups Jetzt hat er mich gedreht Jetzt geht es immer weiter nach Norden Macht die Straße das hier macht sie nämlich nicht Ich meine Hier macht sie das Dann wären wir hier gewesen Shonkhal Highschool Shonkhal Pagode Aber Hun Sen sehen wir ja trotzdem nicht Okay Wenn wir so einen zweiten Straßenstein finden Dann gucken wir da nochmal Eben stand halt der Typ genau davor nicht wahr Es war nicht so günstig Hier ist besser Aber hier ist die Aufnahmequalität nicht gut Wir stehen Das ist ein Grasheim davor nicht Es reicht schon dass man hier nichts erkennt So aber das hier Prairie Shrug Prairie Shrug Hier Prairie Shrug Okay Wahrscheinlich ist das Fumi Prairie Shrug Dann ist das Prairie Shrug Passt von den Symbolen her aber nicht Aber Fumi heißt wahrscheinlich nur Dorf oder sowas Fumi Fumi Pray Shrug Also das passt Das ist 70 Kilometer von uns weg Und jetzt sind wir auf der 63 auf einmal Ja wie du schon gesagt hast die Nummern sind glaube ich nicht wirklich die Nummern die ich hier sehe nicht wahr Wahrscheinlich gibt es auch noch 1000 Prey Shrugs Wo sind die 63 Gibt es die überhaupt 64 62 63 Die wäre hier unten laut dem Ding Geht nur durch sie im Reap Und wahrscheinlich hier oben noch weiter Da wäre die 67 Oder es ist eine 8 Ich meine die Ecke wird hier schon irgendwo stimmen Aber wo genau Kun Sen könnte der Ortsname sein Ja nur wenn der nicht auf der Karte steht werden wir nicht sehen That's a problem Was ist eine 8 und keine 3 Ja wir fahren mal zum nächsten Stein und gucken da nochmal Hier sind ja zum Glück relativ Da vorne ist wieder eine relativ oft da Die Seite kann ich nicht lesen immer Weil die Sonne halt drauf scheint Okay ist weiter in der 68 Okay Aber hier das ändert sich wieder Jetzt ist es Carian Crayon Das verwirrt mich ja jetzt ganz Eben stand definitiv Prey Shrug da Und jetzt steht Cray Anne Cray Anne Und in 57 Kilometern Das könnte hier Das ist Cray Anne Ja Okay Also das ist in 57 Kilometern und das in 70 Das heißt Das hier zwischen müssten dann 13 Kilometer sein Das kommt genau hin wenn ich hier das Maßband anlege Bis hierhin sind 10 Dann könnten das hier 13 sein Okay Also bis hierhin sind 57 Kilometer Jetzt kann ich nur nicht drehen aber jetzt mache ich meinen Trick Also 50 Kilometer sind der Abstand hier zwischen Das heißt wenn ich jetzt meine Hand anlege und nach oben drehe dann sind wir hier Und das würde auch genau passen zu der Führung dazu dass wir irgendwo hier sind Wir waren auf der dann sind wir leicht nach Norden Hier ist noch ein nördlicher Knick Das heißt gleich müssten wir nach Westen abknicken und über den Fluss kommen Wenn das passiert dann ist das hier nämlich dieses Seegebiet wahrscheinlich alles Hm finden war Jetzt habe ich langsam Hoffnung Das hier das Lied was gerade läuft ist so ein richtiger Roadtrip Song Wie heißt das Sitting Down Here Die stecken aber auch immer was von der Seite davor Das ist wie so ein Und jetzt ist wieder Stray Snam 24 Kilometer Okay der müsste Das hier ist Stray Snam Ja Das hier ist Stray Snam Stray Snam da steht's Okay Also von dem Ort sind wir 24 Kilometer entfernt So 20 wären von Kann man schwer hier abschätzen Okay Stray Snam Wir sind auf jeden Fall nördlicher davon Weil das liegt Richtung Süden Ich glaube dann habe ich die Stelle schon ganz gut gefunden Wahrscheinlich starten wir dann leicht nördlich von Stray Snam Stray Snam Wahrscheinlich heißt das Srinama Stray Snam Ich kann ganz schlecht Sprache Ich will jetzt nur noch mal die andere Seite lesen welcher Ort als nächstes kommt damit ich einfach die andere Seite eingrenzen kann Bitte lass mich einen ordentlichen Blick darauf jetzt kriegen Uschmach 55 Kilometer Uschmach Uschmach Wie heißt dieser Ort hier Udomen Chey Samorang Samorang Das hatte ich vorhin ja gesehen da waren wir uns nur nicht sicher Krong haben wir Krong nicht auch schon gelesen Krong Schmarorang Uschmach 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 Uschmech Uschmech Uschmach Auch toll nicht es wird einmal Schmach einmal Schmach einmal Oschmach selbst die und hier Oschmach 4 Schreibweisen und Uschmach 1, 2, 3, 4, 5 Schreibweisen Allein auf diesem kleinen Ding Boah, ich hasse es hier zu navigieren Okay, also der Ort ist 55 Kilometer weg hier oben Kommt hin, wenn wir hier wären Ich glaube, wir sind nämlich gerade diesen Knick hier raufgefahren erst Und da vorne kommt der Knick hier Ja Da müssen wir jetzt eigentlich nur noch herausfinden Wo wir wirklich sind Und da kommt der Fluss Oder zumindest das Wasserbecken Dann kommt hier der Fluss Steht da dran Da sind einfach nur zwei Brücken Und dann geht es nach Norden wieder weiter Tja Gut, also irgendwo aus der Region Wie soll ich das identifizieren jetzt? Oh, shit Was sind wir vorhin die ganze Zeit nach Osten? Ah ja, stimmt Auf die große Straße Kambodschan People Party Ja Haha Okay, die Straße macht hier aber einen Knick nach Süden Das könnte hier sein Dann wären wir hier mittendrin Ich würde ja sagen Wir müssen irgendwo hier drin stehen Aber die Straße macht nur hier einen Knick nach Süden Das heißt Nach Osten müssten wir Wir haben aber nach Osten die Straße Das heißt, wir stehen hier irgendwo Das heißt, wenn wir rüberfahren über die Straße müssten wir an Wasser kommen Fahnen südöstlich sogar Wie fahnen südöstlich Ja, das passt nicht Und das hier ist zu weit weg, oder? Als wir hier sind Das könnte doch passen, oder? Ne Die Karte kann man nicht auf Liftbit umschalten Das ist das Gemeine hier Das ist nicht wie bei Timeguesser Das Einzige, was ich machen kann ist Geländekarte Dann sehen wir Hier sind ein paar Hügel und ansonsten ist es flach wie wie Bodenstrauch Das ist aber alles, was ich habe Würde ich sagen Stehen wir hier Also die Karte Also das hier geht nach Nordosten Und macht dann Knieg nach Norden Ja, wir sind hier Ähm Wenn ich nach Norden gehe Wie viele Straßen kommen da? Und was sind Straßen hier? Okay Das sind erkennbare Straßen Das war die eine Zwei Eins, zwei So Ich kann aber nach links und rechts Und nach Osten komme ich direkt auf die Straße aber Das ist hier nicht abgebildet Das ist schlecht Hätte ich gesagt wir stehen hier Eins, zwei und direkt auf die Straße Nach Westen Hilft mir Westen irgendwas Eins, zwei, drei müssen wir auf dem Ende kommen Das ist ganz schwer die Straßen hier auszumachen Das hier Eins Das ist hier Zwei Jetzt müssen wir auf eine T-Kreuzung kommen Nee Drei Dann stehen wir doch da Eins, zwei, drei Müssten wir jetzt auf eine T-Kreuzung kommen Wir kommen sogar auf ein Endstück Das heißt wir sind hier Oder wir sind Oder wir sind Das geht auch nicht dass wir hier sind Eigentlich Eigentlich können wir nur in dieser Straße hier stehen Aber dann könnte ich nicht nach Osten gehen Das ist schwierig Gut Die Frage ist Sind das wirklich Straßen Weil sonst gibt es auf der Seite kein System Was so verästelt ist Ist die einzige Stelle die irgendwie passt Hier gibt es zu wenig Kreuzungen Weil wenn ich hier stehe komme ich nicht weit Kann eigentlich nur in der Ecke hier sein Fana Duff Home Hems Mittelhändler Core Village Okay Was können wir denn nach Süden Wir gucken mal Nach Süden sind wir noch gar nicht Und vielleicht überspringe ich hier auch aus Versehen eine Straße wenn ich die nicht sehe Das könnte natürlich auch ein Problem sein Okay Nach Süden kann ich nicht weiter Nach Süden scheint auch keine Straße mehr zu kommen Also ich würde fast sagen wir sind wirklich hier irgendwie Aber es passt nicht Findest du den Buchladen Wir gehen nochmal zur Straße Das Problem ist da steht nichts auf Englisch dran Ich meine Direkt vor uns ist ein Lebensmittelhändler Das könnte der sein Das heißt ich würde hier rauskommen Warte mal er steht ja auf der südöstlichen südöstlichen Seite Ja die sind halt eigentlich eingezeichnet Ich meine hier ist direkt ein Stein Moncol Borei 108 Kilometer Ja okay Das hilft uns gar nicht Den kann ich nicht lesen die Seite Können eigentlich nur Das sieht nicht nach Buchladen aus hier Die Frage ist wie sieht hier ein Buchladen aus Ich meine das könnte eine Werkstatt sein Also unsere Straße macht auf jeden Fall einen Bogen nach Südosten Also eigentlich macht unsere Straße so einen Bogen auch Nicht so einen Bogen oder Nach Südosten Norden Osten Nach Südosten So haut unsere Straße weg Das würde hier aber nicht passen Das würde aber nirgendwo passen Da sind wir hingekommen Da können wir nicht sein Da sind wir hingefahren die ganze Zeit Das heißt wir können nur hier drunter sein Und wir fahren Richtung Osten auf die Straße auf Das heißt wir sind westlich der Straße Norden Osten Süden Westen Wir können westlich der Straße sein Und Eigentlich müsste unsere Straße so abknicken Dann sind wir hier gewesen vielleicht Soweit sind wir nicht gefahren oder Never ever Es würde auch nicht passen von der Menge der Straßen die abgehen Das da oben passt schon gut Aber nicht gut genug Buchladen nicht an der Hauptstraße Ja den findest du nicht Ach der Lebensmittelhändler war da Das Problem ist wenn du nicht weißt wo du bist weißt du nicht wo du den Buchladen findest Ich mein was ist das für ein Laden das hier hieß durchaus schon mal supermarket oder mall von daher guck mal das ist auch ein online shop nur wir könnten also vor dem hier stehen oder vor dem hier ohne es zu wissen hier Einkaufszentrum genau die Sachen sind hier auch nicht genau eingezeichnet das muss man halt auch so sehen am besten sind eigentlich so Schulen und der Tankstelle habe ich auch nicht gesehen oder sind wir nicht vorbeigekommen aber hier vor gibt es halt nichts oder es ist halt wirklich nicht eingezeichnet so und hier sind wir angekommen oder bin ich andersrum gefahren und wir stehen hier das wird erklären warum es im Süden nicht weiter geht dann müssten wir ja nach Norden sofort in eine große Stadt fahren ok das machen wir jetzt nochmal ich weiß nicht mehr wo ich vorhin lang gefahren bin shit wartet das finde ich raus an diesen Checkpoint und dann sind wir nach Norden gefahren ok Hunzen Shonkhal Shonkhal die war relativ dicht bei uns Kok Mong Tempel Spentop ja das wird könnte die sein aber die ist ja östlich ILS ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation Shonkhal Shonkhal Highschool das ist die hier das ist die hier definitiv der Hunzen ist nur so ein Vording denn ist das was wir sehen diese komische Pagode wenn wir rausfahren ok also nochmal wie weit ist es bis zu dieser Schule von unserem Ort wir fahren raus eine ist keine Straße nicht zwei ist keine allerdings dann kommt die Abbiegung was ist hier Police ich würde sagen das ist das hier oder da ist die Police Sheriff Büro hier ein zwei dann sind wir hier drin ja dann dann sind wir da welche von den Kreuzungen soll ich nehmen naja der der Name vom Premierminister richtig richtig nehmen wir eins zwei drei oder vier ich mach ne Abstimmung ich gebe euch das Scepter in die Hand Abstimmung neue Abstimmung wo eins Nord Ost Süd Nord West zwei Nord Ost drei Süd West vier Süd Ost und wir machen fünf Minütchen so nicht die Geduld verlieren mit Geduld hat das nichts mehr zu tun du hast halt keine Hinweise mehr das ist eher das Problem habe ich ja gemacht das geht nicht auf das ist ja das Problem es geht in keine der Richtung auf und du kannst nicht weiter fahren nach Norden bist du sofort in der Sackgasse nach Süden bist du sofort in der Sackgasse beziehungsweise kannst du nach Norden vielleicht hier nicht weiter fahren also kommst in eine Sackgasse aber kannst zur Straße ich würde ja sagen hier fehlt eine Straße dann wären wir hier wenn das hier das aber nicht mehr gibt dann sind wir hier dann sind wir da aber falls ich die hier übersehen habe dann sind wir hier aber dann und andererseits können wir hier hinten nicht nach Nord Süd fahren wenn ich in die Richtung gehe sondern dann in so einer Ecke drin das und nach Süden kommen wir nicht weiter das ist das Einfachste Süden da kommt nicht mehr eine Straße so wie ich das sehen würde vielleicht ist das eine Straße aber hier kann ich nicht weiter fahren und man sieht halt nichts so das heißt Süden hilft uns nichts Hallo Maximum gehen in die Mitte zwischen einem viel kreuzung dann verlieren wir Punkte dann gehe ich lieber auf risiko dann gehe ich glaube ich lieber auf risiko ich würde sagen wir sind wir sind hier also ich kann ja das Problem ist ich wir fahren nochmal nach Osten kurz raus also da kommt auch nichts mehr nicht nach Osten außer die Straße nach Norden habe ich zwei Einfahrten was aber nichts zu sagen hat wenn das nicht richtig eingezeichnet ist nach Süden kommt keine weitere Straße wobei man sich nicht sicher sein kann dass hier Straßen was wirklich Einfahrten sind ich glaube nicht dass hier das könnte eine Straße zum Beispiel wieder sein hier das kann aber auch nur ein Hinterhof sein also ich würde sagen wir sind hier das wäre dann Südost Süden Osten Nordosten Nordwesten Südwesten wir können noch mal nach Norden Norden ist hier da kommt die erste Kreuzung 1 wäre die hier alles klar jetzt und jetzt kommen wir im Norden nämlich an eine Stelle wo wir nicht weiter können und das gibt es nicht das heißt dieses Stück hier gibt es entweder nicht oder wir stehen hier und die Straße fehlt weil hier kann ich ja jetzt lang so aber dein Bookstore müsste dann ja hier links liegen das heißt das hier müsste der Bookstore sein ja das hier müssten dann die Häuser sein nee warte mal das ist die Straße das heißt das da müsste das sein das heißt der Bookstore ist das hier bin ich mir jetzt nicht sicher ob das hier im Bookstore ist das sieht aus wie ein Hühnerstall wieso gibt es also dort in dieser wunderbar ging ein Buchladen es gibt sogar einen Online Buchladen es gibt hier sogar ein Einkaufszentrum was auch immer ein Einkaufszentrum da sein mag laut Dings ist das ein Einkaufszentrum ja ich weiß nicht also wir können jetzt noch einmal nach ich meine das ist so gut wie wegen Förderung und so das passt nicht den Online Buchladen gibt es auch nur damit der Real Life Buchladen vernichtet wird so in etwa okay zwei haben für Südosten gestimmt jawoll 2 Meter 38 ah guck hier die Straße gibt es nicht mehr und hier konnte man nicht mal weiter die Straßen hier gibt es auch nicht mehr und hier da konnte man nicht weiter fahren warum auch immer aber die Schule hat uns gerettet nicht also ohne die Schule wäre ich mir ganz unsicher gewesen die Schule hat geholfen dass wir jetzt auf jeden Fall auf diesem Bereich eingrenzen konnten also von der Straßen Führung ist das echt übel gewesen und somit gehen wir in Runde 3 mit dem Online Buchladen Amazon Logistik Zentrum du lachst wahrscheinlich gibt es das da sogar noch komm jetzt so eine Runde Bangladesch das wäre doch was so richtig im tiefsten Bangladesch am besten auf einer geraden Straße und die nächste Stadt 800 Kilometer weg oh das ist aber nicht Bangladesch obwohl äh Norwegen irgendwas Island Grainman Wägen Niederlande ne warte gestrichelte Linie aber Rote Straße Birstugel Ok ich fahre kurz Nköping Ok Schweden Ok Schweden hätte ich jetzt als letztes auf der Liste gehabt aber es gibt ja hier Lenköping und Jörgköping Linkköping gibt es hier doch sicher auch Nköping irgendwo oder aber wahrscheinlich liegt Nköping dann in 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 Finnland oder so hier wäre die 70 nach Mora Mora Ok Mora haben wir da Lächste Land Lächsland haben wir jetzt brauchen wir noch Nköping und Borlänge sind die in die andere Richtung Uppsala Nörköping äh so für Öcking Böcking Schröcking ich weiß auch nicht wie weit Lex lang weg ist und Mora ne Borlänge da ok wir sind also irgendwo hier zwischen jetzt müssen wir nur herausfinden wie der Ort heißt in dem wir uns befinden ein Kreisverkehr und irgendein riesiges Rad da drehe ich doch mal direkt am Rad Niedersachsen knapp daneben oh das größte Schaufelrad der Welt das erinnert mich so ein bisschen an Amerika nicht da stehen doch auch immer am Rand so der größte Maiskolben der Welt die größte Tomate der Welt aber nein in Engköping gibt es das größte Schaufelrad der Welt oh warum nicht ein ein Highlight auf Route 70 mit Hamburgare die sind schon gar Jusk kam die wer hat das gedacht ähm ok hilft uns jetzt immer noch nicht den Ort zu identifizieren Nora Köpp Zentrum Rexbox Nora Rexbox Nor gibt es Tunster Börker Kenntet Nora Amsberg Nora Amsberg Ich sehe den Kreisverkehr halt nicht Wir brauchen ja einfach nur einen Kreisverkehr auf der 70 Wahrscheinlich eher hier So viel Kreisverkehre haben die hier gar nicht Das hilft ansonsten müssten wir schon hier sein und das steht ja gerade dran haben die sind ich dachte die haben sonst so viel Kreisverkehre Juras bin noch nicht überzeugt also das ist die 70 wenn wir da runter gehen was steht denn auf diesem Schild Köpp Zentrum Tunster da war ein Pizzaladen ja ja da war ein Pizzaladen das passt zumindest von der Ansicht ich komme hier nicht so gut voran wir kommen hier auf den Kreisverkehr das ist der zweite Kreisverkehr eben waren wir doch auf dem anderen oder es würde passen ein Straßenname wäre doch gar nicht schlecht Hjul Ture Gret Hjul Ture Gret irgendjemand Beckfögen Garzfögen Wägen also hier gibt es kein Huldu Gret ich kann mir auch gerade die Straßenführung hier ganz schwer vorstellen irgendwie ist alles so geschwungen Mora und Lecksand und der führt irgendwie über eine Brücke führen die dann das sieht mir nicht so aus wie das hier so richtig aber Zentrums Wägen würde schon wieder passen und Njusk bräuchten die ja hier sehen wir noch Njusk dann wäre ich eigentlich froh die 16 stand die 16 dran den Radweg hat man gerade gesehen ja man sieht viel man muss dann immer aufpassen dass man das richtige sieht Kulturgret das habe ich doch gerade gelesen oder so das nicht gerade gelesen Huldugret siehst du man man liest manchmal schon Sachen die man lesen möchte köpzentrum tunster rexbo also hier geht es wieder auf dieses riesenrad hier fahren wir irgendwie über irgendwas drüber und dieses ding vermisse ich nicht also der kreisverkehr ist nicht mal das problem aber diese überführung sehe ich halt nicht wir fahren nochmal nochmal zurück ein Stück rexbo noran also wir fahren auf die 70 zu das heißt wir sind nicht auf der 70 das ist schon mal okay wir fahren mal auf der anderen Seite einfach aus dem Ort raus dann wissen wir doch wie der heißt mir ist die andere Stelle da irgendwie gerade zu kompliziert die ist ja auch nicht die wo wir wissen müssen wo wir stehen okay das erklärt es aber österdalven müsste das sein es gibt nur eine Brücke also wenn wir nicht gerade hier sind die Brücke geht nach Nordwesten warte mal wir sind im Südosten von der Brücke das heißt wir sind auf der Seite der Fluss liegt im Norden dann wären wir ja hier das passt auch viel besser aber auch irgendwie nicht das Parallelen zweite Brücke ich gucke ist das eine Bahnstrecke es könnte es könnte ein Radweg sein sieht mir nicht nach Schiene aus oder doch könnte eine Schiene sein aber hier sieht so abgedeckt aus aber da könnte eine Schiene sein aber keine die hier rüber fährt dann sind wir doch woanders wir müssen ja irgendwo auf der Seite dann sein hier ist noch eine Schiene hm 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 du mal ran ich meine hier kommt irgendwas an das ist nur eine Fahrleitung ja ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden hier ist eine Bahnbrücke hier wäre ein Kreisverkehr hier wäre ein zweiter Kreisverkehr da wären wir ja schon in dieser Stadt drin ich meine ich habe dieses Noramsberg ja gesehen aber das Problem beim Noramsberg ist hier gibt es keine Brücke da steht ja Nora dran das heißt wir müssten ja denn hier sein das macht auch keinen Sinn und die Schiene hier geht nur hier rüber und dann nie wieder also irgendeiner lügt irgendwas passt mir an dieser Situation nicht sieht auch sehr sehr groß aus hier ins Jön sind wir jetzt haben wir wenigstens den Ortsnamen gut dass ich nicht eingeloggt habe ich war kurz davor ins Jön aber wir sind doch zwischen Borleng und Lexand ins Jön da sind wir da oben ja 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 da ist auch die Überführung das macht Sinn alles klar das 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 passt besser und dann ist hier die Schiene ja 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 oh hu und wir stehen jetzt bei Bukus Gewägen Bukus Gewägen Ecke Grand Maru Wägen also genau dort ein Meter geht doch huiuiui aber da haben wir uns ganz schön verschätzt also so dicht an Nexand hätte ich nicht gedacht dass wir sind muss ich gestehen hätte ich den Fluss nicht durch Zufall nochmal gesehen und du die Schiene das wäre ganz übel ausgegangen deswegen gehen wir jetzt nach Australien Südamerika hat auch nochmal gefehlt wobei das so schlimm es aussieht sogar Spanien oder Portugal sein könnten es ist sogar Atomkraft ist das N330 in der Insel Kofrentes Almanza oh neulich hatte ich in der privaten Runde was richtig fieses und zwar war ich in Spanien aber ich war in wusstet ihr dass das hier spanisch ist alter leck mich doch an der first alter das ist diese komische Stadt Enklave die keine Zuordnung hat richtig oder sowas die so einen Sonderstatus hat woher soll man denn so ne kacke wissen Spanien ja 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 Spanien aber wo N330 Kofrentes ich hoffe nicht dass es wieder sowas ist oder auf der dummen Insel irgendwo liegt Kofrentes weil die 300er sind für mich so Inseldinger oh das Lied ich muss nicht mal skippen M E N da N340 N332 das war jetzt aber ein Glückshund N340A mach es mir noch einfacher natürlich gibt es alles außer N330 jetzt wieder hier N340A N340A N340 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 32, 340 37, 32 340 N200 N340 N340A Hier ist wieder C N330 Boah Und jetzt Almanza Almanza Okay, ist 47 Kilometer weg Ayora 25 Konfrentis Alles klar Konfrentis Und wir stehen Wir fahren ja direkt aus der Stadt raus Wir sind genau an der Stadtgrenze Das geht hart nach Süden Wir sehen aber noch den Fluss Okay, den sehen wir auch hier Und Dann geht es nach Westen und dann Süden Westen und dann Süden Das heißt, wir stehen irgendwo Hier so Hier ist nochmal diese Auffahrt Die eine Straße ist Die sich in diese zwei Drei Dinger Aufteilt Dann gucken wir mal Sehen wir da den Namen Valencia Calais Okay, wo stehen wir genau? Wir stehen Genau Ja, eigentlich genau hier Bang Zwei Meter Aber Konfrentis Konfrentis Dependis Aber jetzt, komm Schön Afrika Gerade Strecke Südamerika Irgendwo in den Bergen Oh ja KPH Äh Mexiko Wartet 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 Die haben keine Sonne Warum habt ihr keine Sonne? Wo ist denn die Sonne? Irgendwo da Die ist ein bisschen ausgefadet Die Sonne ist im Süden Das heißt, wir sind im Norden Ja, dann würde Mexiko ja passen Ich glaub Mexiko waren die anderen einzigen Die KPH haben Nehmen Amerika Model House So finished Oder wir sind irgendwo in Amerika Das sieht irgendwie Also Dann Es gibt eine ganz komische Vibes Mit diesen Bäumen Ist ja Eine Hochebene mit Palmen Wo bin ich denn hier? Wie viele Minuten für Spanien? Das werden wir am Ende nochmal sehen Wo bin ich denn jetzt gelandet? Back to previous position Also die haben auf jeden Fall Sehr viel Geld in der Ecke hier Die haben alle einen Pool Und dicke Karren Scheint irgendwie so eine Closed Gated Community zu sein Wahrscheinlich für reiche Touristen Oder so Entschuldigen Sie Wo geht's hier lang? Wo ist sie denn hin? Unhöflich Ich wollte gerade nach dem Weg fragen Hm Kann aber auch schwer einschätzen Also sie ist eingestiegen, ne? Oder sie ist nach uns ausgestiegen Was sagen die Handwerker? CCT Die zeigt Richtung Süden Okay Das heißt wir sind wirklich im Norden Irgendwo Das ist das einzige was ich bestätigen kann Könnte eine Insel sein Die ich nicht kenne Sieht nicht wie Mexiko aus Ja eben Das könnte Ja Puerto Rico oder so Dafür ist es zu ordentlich Guatemala Panama Ich war noch nicht auf dem Panama Das heißt meine Erfahrung mit Panama Ist sehr gering in dem Spiel Vielleicht ist es Panama Ja ja Okay Gated Ist es hier Also wir sind in irgendwas geschlossenem Do not litter In Sentosa SunTrust Okay Eine große Straße Das ist schon mal gut Call us at Manchmal ist ja Werbung Besser als irgendwas anderes Share memories Inquires Irgendeine Internetwerbung Oder sowas PH Philippine Okay Okay Ey ich hätte jetzt mit allem gerechnet Das wirkt doch nicht wie die Philippinen Auch krass wie sich das gewandelt hat Nicht von dem Zu dem hier Wirklich gepflegt Okay Okay Steht auf dem Wasserturm der Ortsname Na ja Sentosa Oder würde ich mal sagen Wo war denn hier der Wasserturm Hatten wir einen Wasserturm Ah hier ist ein Geschäft Dental Home Aber ja Die Autos hier Passen schon Zu Zu dem Philippinen Nicht Hier ist immer noch Kein Wasserturm Ah da Sentosa Ja Es wird nur ein Ortsteil von Irgendwas sein Wir brauchen auch die Insel Es muss ein sehr Beliebte Ecke sein Ja ganz ehrlich Wer hätte Philippinen erwartet Ich meine gut Die Werbung kann auch einfach von der Philippinischen Firma sein 100% sicher ist da noch nichts Okay Okay For Sale Rye Cable Ich dachte da steht vielleicht eine Adresse Ja der Inselname wäre auf jeden Fall richtig cool Wenn wir außerhalb der Stadt sind Gibt es halt immer so Schilder Wo das alles genau drauf steht Weil hier kann ich den Namen von Den Menschen Und Shops nicht unterscheiden Vom Rest Außer das hier Laguna sind wir Kalamba City Okay Kalamba Ich glaube Kalamba war War das was kleineres Ja Halvan Cebu Brilliant Island Dingast Dingast Ich finde es halt blöd dass der Masabte Dass der Inselname nicht irgendwie anders Dargestellt ist Man muss den hier zwischen suchen Und der ist halt nur ohne Punkt und leicht Gedingst Mandrique Kalamba City Sehen wir vielleicht Kalamba City Ich glaube Kalamba war doch hier unten Oder Hier Zambonga Zambonga Ich glaube Palanga war eine City Die kam erst wenn man ganz dicht Drangesoomt ist Hinter einer anderen Dings hervor Davor City Davor City Laguna ist einfacher zu finden Ja Sag mir ruhig wo Sonst drehe ich durch Oder ist Laguna eine Stadt Weil ich habe hier schon Stundenlang die Inseln abgesucht Ich sehe es halt einfach mit meinen Augen So schwierig Weil das ist das Schlimmste Du weißt genau wo es ist Aber du siehst es einfach nicht Aber ich würde trotzdem Irgendwo Irgendwo hier so Laguna ist ein See Ah Okay Zum Glück haben die nicht ganz so viele Seen Hoffentlich keine Lagune Aber das andere sind Buchten bei denen Aber die heißen alle Lake Laguna Kalamba Okay Naja genau Nicht Das wird nämlich erst angezeigt Wenn du dich genug an Manila rangehst Oh ich hasse es Okay ich dachte das war beim Süden das Problem Dann war es doch bei Manila Hätte ich nicht mehr gewusst So und jetzt suchen wir Kalambra Ne wie hieß das Brandal Sun Irgendwas Santo Ich gehe nochmal zurück Ich glaube in die Richtung war am besten Da sind wir schnell Auf den Namen gekommen Ah da Auf dem Wassertor San Rosa Sen Rosa Das Problem ist wenn das nur so eine kleine Community ist Da sucht man sich echt zu Tode Sentosa SunTrust Ja Ich glaube Ich glaube 5 Runden sind einfach zu viel Aber man will schon 5 machen Nicht Aber so jetzt merke ich so Diese Straßen Lesen Und Orte lesen Ich meine die Runden davor waren zum Glück nicht so schwer Da muss man nicht so viel Orte lesen Aber jetzt Das ist richtig ermüdend dann Ich sehe immer nur Santa Rosas Center Aber das will ich ja gar nicht Santa Anastasica Mila Grossa Hatten wir da nicht auch eben irgendwas Ich meine das kann hier sowas sein Nicht Einfach irgendwas SunTrust Hier Sentosa Da 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 sind wir Jetzt ist die Frage nur wo da drin Ach shit Die haben hier ja keine Straßennamen Nicht Okay wir sind auf einer doppelspurigen Die aber nach Nordwesten geht Okay Und nach Nordwesten Kommen wir an einer Straße vorbei Und dann geht es in eine Kurve Ja dann sind wir genau hier Da oder Südosten Norden Osten Süd Südosten Auf der linken Jetzt sind wir hier 4 Meter Das Risiko gehe ich ein Okay Aber ging Detailed Results Runde 1 Wir waren in Österreich 6000 Punkte 6 6 Stunden 6 Minuten 55 Kambodscha 44 Minuten Eieieiei Schweden 12 Minuten 44 Spanien 3 Minuten 45 War sehr gut Philippinen 13 41 Finde ich auch noch sehr okay Für die Philippinen Da hatten wir schon Schlimmeres Ohne Kambodscha Hätten wir Kambodscha In 12 Minuten Zum Beispiel gemacht Hätten wir Heute Eine sehr gute Runde Gehabt Von 50 Minuten So haben wir 81 Minuten Gebraucht Für 30.000 Punkte Wir sehen uns Bei der nächsten Aufnahme von Timeguessr Aaaaaa